Jetzt mache ich Haargleiten an der Mähne. Das fördert die Zirkulation in den angespannten Halsmuskeln. Ich nehme eine Strähne, mache einen Kreis und etwas mehr und gleite an den Haaren nach oben entlang. Also, ich unterstütze die Zirkulation in der Halsregion und mache das nur wenige Minuten. Ich empfehle die T-Touches jeden Tag auszuführen, aber unterschiedliche T-Touches vor dem Putzen bzw. vor dem Satteln sind am besten.